Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Egg Returns Home. Ja, ja, es ist schon ein bisschen länger her, als ich das Spiel das letzte Mal angefasst habe. Aber ich bin in der letzten Zeit ein bisschen ins Grübeln gekommen und dachte mir, ich sollte eventuell ein bisschen weiterspielen. Ich gucke ja gerade, was es hier so für Optionen gab. Viel gab es hier nicht. Ich habe sowieso schon vergessen, wie die Steuerung ging. Und ja, so ist der Stand der Dinge. Ich muss ehrlich zugeben, wenn ich ein Spiel einfach nicht spielen möchte, dann mache ich das auch nicht. Obwohl mich dann die Gedanken dann später quälen, dass ich ja noch ein offenes Projekt habe. Und dass das ja nicht sein kann, dass das so lange offen bleibt und was für sich. Aber ganz im Ernst, lieber kein Video machen, als sich zu irgendwas zu zwingen, was dann halt eben an der Qualität ruckelt. Und deswegen sind wir erst jetzt wieder dabei. Ich drücke mal schnell auf Continue. Wie viele Level gibt es denn überhaupt? So, äh, was war das? Es gibt Level, es gibt 40 Level. Davon habe ich ja schon, äh, 18 gemacht. Wie ich hier sehe, die Farben haben mich davor ein bisschen verwirrt. Äh, verwirrt. Ich dachte, grün müsste alles sein. Warum steht bei Level 10 eigentlich nichts? Wir merken uns... Einen Moment, wir merken uns... Was? Level 19... Da müssten wir jetzt weitermachen. Aber warum ist bei Level 10 nichts? Was ist das? Ach so, okay, okay. Main Menu? Okay, ich habe es verstanden. Das Level haben wir gemacht, aber anscheinend wurde da die Zeit im Moment nicht abgespeichert. Ich weiß nicht, wieso. Das Level werde ich jetzt nicht noch einmal machen. Nee, Punkt, Aus, Ende. So, wir starten mit Level 19. Ja. Es gab tatsächlich... Oh. Etwas in dieser bläulichen Farbe. Ich versuche hier schon... Wie war das eigentlich? Womit bin ich gesprungen? Ach, mit D war das. Ähm, nee. Es gab doch irgendwie eine Taste. Ja, mit WASD kann ich ja auch... Verdammt, das ist jetzt bändisch. Mit welcher Taste bin ich hier etwas höher gesprungen? Es gab eine verblöderte Taste hier irgendwo, mit der ich etwas höher gesprungen bin. Äh. Alter, wie... Was macht der Mauszeiger mitten im Spiel? G, F... Ach, D ist es. Doch, es ist D. Oder? Da! Was? Es ist nicht D. D ist das gleiche wie meine Pfeiltasten. Also, W, A, S, D ist genau das gleiche wie meine Pfeiltast. Das ist so peinlich. Mit welcher verblödeten Taste ging das doch einmal? Ich drücke jetzt mal alle Tasten. Ganz im Ernst. Ich drücke jetzt alle Tasten. D. Bewegst du dich, Ei? Das Ei bewegt sich jetzt gar nicht. Physik funktioniert hier nicht. Oh. Wenn es bei meinem klappt, klappt es beim anderem nicht. Z, U, P... Was? Was habe ich jetzt gedrückt? Was war das? Verdammt, was war das? Ich habe hier jetzt gerade irgendwas gedrückt. Warum? Nein. Ich weiß nur, dass man etwas... Ah, ich weiß wie. Ich weiß jetzt wie. Es war keine Taste, sondern ich musste F gedrückt halten. Man musste F gedrückt halten, um so gesehen... Um eben diese Kraft da auszulösen. Also F halten. F muss gehalten werden, damit hier irgendwas funktioniert. Ich brauche Schwung. Oh nein! Okay. Beim einen kommen wir jetzt mal schon rüber. Oh. Ich hätte jetzt ehrlich nicht gesagt, dass das irgendwie jetzt funktionieren würde. Oh. Bleib stehen! Boah. Zum Glück sind die jetzt wieder hochgegangen, die Dinger. Bah! Nein! Geht hoch. Dankeschön. Geht noch einmal hoch. Dankeschön. Nee, die sollen noch einmal hochgehen. Ich brauche Schwung. Noch nicht. Ich habe Angst. Ich wusste. Ich wusste es. Ganz im Ernst. Ich wusste es, dass es beim letzten nicht klappen wird. Ganz im Ernst. Das ist so typisch für mich. Mach! Mach! Boah! Verdammt. Du verdammtes... Du verdammtes... Fast kaputtes... Ei! Okay. Alles ist gut. Nein. Das geht sich nicht aus. Bisschen Schwung. Man kann hier nicht so tun, als ob man mit Vorsicht hier irgendwas erreichen könnte. Das funktioniert hier nämlich nicht. Boah! Pff. Das Level ist nicht mal so... Bleib stehen! Pff. Bleib stehen, du Liebeserl! Bleib stehen! Bleib stehen! Es kann nicht stehen bleiben. Es hat keine Füße. Du sollst einfach nicht rollen. So. So. Passt. Nein. Es bleibt doch stehen! Okay. Ja! Oh mein Gott! Nach so einer... Boah! 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 Was ist das? Was ist das? Das ist ein Wannabe-De-Guy-In-A-Form! Oh mein Gott! Oh... Oh mein... Diese scheiß Stacheln... Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich mach das jetzt einfach irgendwie... Nein! Das ist doch unglaublich! Ich geh nach oben! So! Boah! Wie geil ist das? Wow! Bam! Bam-Badam-Ba-Bam! Das ist doch unglaublich! Ich versuche... Ich versuche... Doch eh schon... Ich versuche... Nein! Geh nach oben! Einmal ist das Rollen wirklich ein Segen... Und danach geht's wieder ab! Das Schlimmste ist... Diese Stacheln... Die kommen immer wieder! Nein! Ist rechts! Nichts! Verdammten... Woran bin ich jetzt gestorben? In einem gespawnten... Was? Ja gut, das sehe ich jetzt! Das sehe ich, das da! Gut! Was? Ja... Das... Manche... Was? Oh, bitte! Was? Wo dann? Nein! W-Wa-Wa-Wa-Ich... Was? Ne! Das ist... I wanna be the guy in I-Form! Ganz im Ernst! Mehr sage ich dazu jetzt nicht! Was? Ich sehe nicht mehr... Dass diese weißen Dinger auch spawnen, ne? Das ist unglaublich. Das Spiel ist eh schon schwer genug. Jetzt geht nach oben. Was? Wait. Was? 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 Ich sehe nicht, woran ich krippiere. Das geht doch gar nicht. Wenn ich schon ein Game Over haben sollte, dann will ich zumindest wissen, woran es liegt. Mensch, das Kinder. Schon wieder ich... Oh. Wieso wollte ich das Spiel eigentlich nochmal spielen? Warum habe ich überhaupt davon jetzt angefangen wieder? Das ist... Das ist unglaublich. Oh. Geh. Mach doch. Menschens Kinder. Boah. 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 Da. Diese Kackstacheln. Diese weißen Stacheln. Die spawnen wieder. Das ist unglaublich. Lass mich in Ruhe. Das ist unglaublich. Eier, die sich aufregen. Ja, ich repräsentiere im Moment ein Ei. Nein. Ich sehe nicht, woran ich sterbe. Das ist... Das ist... Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh. Oh. Was? Was steht da überhaupt? Wait. I thought you're gone. Now run or die. Ich bin eh schon tot. Ich bin ein Ei. Ich bin nicht mal ein Küken. Ich bin ein Ei. Ich bin ein verdammtes, fast kaputtes Ei. Also lass mich in Ruhe. So. Ich spring einfach jetzt höher. Weil es einfach anders nicht geht. Da, 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 da. Ich bin ein Ei. Boah. Boah. Ja, meine Kommentierung ist auch mega ausgewogen. Was? Woran sterbe ich? Ich will. Boah. Irgendwo soll es doch auch über die Fairness geben. Das kann doch nicht immer so ein glücksbasiertes... Da. Schon wieder. Das ist unglaublich. Non-Stop spawnt ein Kackstachel. Non-Stop. Das ist... Wah. Wah. Schon wieder. Jedes Mal, wenn ich nicht weiß, woran ich sterbe, weil alles für mich logisch ist, dann weiß ich, es ist ein Stachel, der wieder neu gespawnt ist und der sich jetzt komplett ins Fäustchen lacht. Das ist... Jetzt weg. Wah. Ah. Nein. Jetzt habe ich es gesehen. Ah. Nein. Ah. Stärke. Ich drücke jetzt einfach irgendwas. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Los. Rein und... Roll um dein Leben. Eigentlich... Muss ich mehr... Bah. Schon wieder. Schon wieder. Das ist... Das ist so krank. Da. 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 Psst. Psst. Da. Jetzt verpisst euch. Ich will jetzt einfach mal rennen. So. So. Wer ist überhaupt dieser Gegner? Was habe ich dem getan? Was kann bitteschön ein Ei dafür, dass es... Ich meine, wo ist eigentlich das Problem mit der ganzen Storyline? Es war mal ein Ei mit einem Bart und es wird von einem Männchen verfolgt und jetzt müssen wir... Was? Das ist... Der Stachel ist doch nicht... Ah! 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 Ja, ich... Nein, hier gibt es hier komplett nichts Logisches mehr bei mir. Nein, das ist... Wenn ich mal so einen Sprung... So einen Schwung bekomme, dann ist eh alles wieder... Ah! Mann. Mann, oh Mann. Ich versuche jetzt diese... Diese... Diese Stellen, wo dieser weißen... Mann. Ah! Die Spaule fiel zu schnell! Was tue ich? Ich hätte einfach warten müssen! Nein, ich kann nicht mal warten! Nein, ich kann nicht mal warten! Ich kann nicht mal die Stellen überspringen! Los, jetzt springt! Nein! Doch, nicht so! Wer denkt sich so ein Level aus? Ganz im Ernst, bitte! Das ist noch schlimmer als I wanna be the guy! Nein! Wie lang dauert denn diese Stelle? Das ist... Wenn ich ein bisschen vorankomme, ist eh alles wieder kaputt! Weil... Ja! Was ist jetzt kaputt? Moment, ich muss mich beruhigen! Das geht so nicht! Was sind das für Quadrate? Was sind das für Quadrate? Ach, die machen mich jetzt auch kaputt! Die ganze Welt ist gegen mich! Oh, da unten ist auch alles kaputt! Ich bin ein wenig! Was ist das für Quadrate? Was? 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 Schnell! Na, endlich! So. Ich habe hier irgendwelche Freischaltungen freigeschalten. Irgendwelche Achievements. Das habe ich schon beim vorletzten Level oder so gesehen. Was ist hier los? Nein, ich muss hier mit Sicherheit gleich abbremsen. Sag ich doch! Schicker! Wisst ihr was? Ne? Na! Na, der Spieler hat's recht. Ich mache das jetzt mit Aufschwung. Nein! Puh! Da wäre ja schon das Ziel gewesen. Oh! Was? Wie viele sind es auf einmal? Ich dachte, es sind etwas weniger. Was ist da jetzt kaputt gegangen? Nein! Jetzt bleibt doch nicht stehen! Ach, die Eierform macht alles aus. Alles ist auf das... Oh, was? Alles ist auf das Eierle zurückzuführen. Eierle! Da schon wieder. Die Hitboxen sind mir viel zu schnell. Das ist viel zu groß, meine ich. Nein! Das ist... Was? Der Schwung am Ende hat gefehlt. Unglaublich. Na, endlich! Ihr könnt mich jetzt alle mal! So! Oh! Okay! Oh nein! Das sieht jetzt viel zu kompliziert aus. Nein! Ich werde an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Ich bin mit der Länge und mit dem Erfolg hier zufrieden. Und vor allem, wenn man jetzt betont, dass ich das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt habe. Also ich finde, dass ich mich ziemlich gut getan habe in diesen ein paar Leveln. Ja, selbst Lob. Wahrscheinlich wird mich das Spiel jetzt dafür komplett bestrafen. Ich kenne das. Ich kenne das aus I Wanna Be The Guy. Ich kenne das aus Commander Keen. Jedes Mal, wenn ich mich freue, kommt dann eine Stelle, wo der Frust in mir komplett außer Kontrolle gerät. Ich weiß das. Und deswegen werde ich an dieser Stelle jetzt aufhören zu sprechen. Ich bedanke mich bei euch für das Zusehen eurerseits. Ihr könnt mir natürlich wie immer in den Kommentaren eure Gedanken zu diesem ganzen Schlamassel hier schreiben. Sodass wir uns im Selbstmitleid alle suhlen können. Und lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Bis dann! Bis dann!